willkommen mein name ist an ihre p und spielgrüße euch zurück zuletzt playtakes of baiseria immer noch im erden puls genau das alles okay ist gar nicht so großer gebiet wie ich gedacht habe und gehe weg ja anscheinend sind gleich ja fertig ja weil ich gesagt gedacht wir haben hier so ein bisschen was noch vor uns aber nein er ist ja jetzt folge haben wir gegen wieder gekämpft und dies mit jude von dann gezogen welcher immer noch ein penguin ist also ja so viel dazu aber egal wir müssen manchmal bin ich hier ich bin ja richtig naja das noch mal ein neues gebiet ok in luster ja ein puls schicht zwei waren das war man das sind nicht gebiet wo wir schon mal waren wir waren mal im erden puls auf wir waren mal gibt die thema der holt mich ein oder auch nicht das war sehr viel panik für ein paar sekunden ja wir waren noch nicht wir waren schon mal im erden puls aber ich habe noch nicht in den exakten gebiet hier ne und wo das kommt mir jetzt hier gerade so ein bisschen bekannt vor bitte dass wir nicht direkt hier richtig sein das sieht falsch aus ausgezeichnet wir sind der falsche wenn ich ihn und wie er noch wusste ich bin ein bisschen erkältet also du mir leid jetzt hat stört ungemein jetzt soll man machen ich könnte einfach die luft anleiten und tot umfalten ihr peter steht geht es genau davor danke mein gott die haben nervt yes okay war jetzt kommt jetzt hier noch so ein boss oder so natürlich sehr begrüßen aber das ist mehr so hintergrund wissen und wir machen glaube ich aber schauen direkt fasse er mich nicht an um ausgetricksten aber noch so jetzt ich weiß ein stein auf mich du bastard okay da auf immer hier nach porzellan umzuschmeißen noch eine cutscene hey ich bin der cutscene beachte mich okay Ich weiß, dass ich das nicht weiß. Ich kann nichts mehr tun. Ich kann nichts mehr tun. Das ist unglaublich. Aber es gab keine Angst? Natürlich war es Angst. In der Welt der Welt, wird die Menschen nicht einmal weggekehrt. Aber, wenn man so gefährlich ist, wenn man das Meer, oder山, oder landen, dann kann man so schön sein. Und, dass man so schwer ist, Ich weiß nicht, dass man in diesem Ort leben kann. Ich verstehe. Was ist das? Ich liebe dich. Diese Welt und die Menschen dort leben. Ich bin? Die Welt und die Menschen? Das ist das? Ich denke, das ist das. Aber du bist ein Mensch. Du bist ein Mensch. Du kannst dich noch mal aufhören. Du kannst dich nicht mehr aufhören. Du kannst dich nicht mehr aufhören. Du kannst das. Ich liebe meine Mutter und meine Mutter. Du kannst dich nicht mehr aufhören. Du kannst dich nicht mehr aufhören. Du kannst dich nicht mehr aufhören. Ich weiß, dass du dich im Leben verletzt bist. Ja. Aber du kannst dich auch... ...dass du dich kämpfen? Ja. Ja. Wenn du nicht mehr wissen, würde ich es gut sein. Du kannst du nicht wählen. Das ist es für dich. Wie war es, Bohn? Ja. .. ... .. ... ... ... ... Ich habe eine große Geschichte gemacht. Ich glaube, es ist einiges Sieger. Ich denke, es kann man viel, oder? Warum soll ich nur auf meine Belvede verabschieden? Das war mir... Ich denke, das ist etwas zum Beispiel, weil es um Benvede groove war? Nein... Ich denke, dass der Kano主 der Kraft der Führung beschольше ist, kann man auch um den Kano主 zu erweitern. ich meine ist die zukunft das was noch bevorsteht da guckt sich die spoiler von test ist ja ja warum haben wir eigentlich diese ereignisse hier gesehen wird meinen die werden ja auch gott ein bisschen wichtiger von ein jetzt sagen sie können sich jetzt das kommt man halt durchspielen jetzt fantasia was schon wieder wir haben geschwissen mann ich bin zu schnell für dich okay man indignation doch passen eigentlich schon fort der angriff hier meinen ein spiel mal wieder vorkommen der spexel gab es nicht als wechsel zwei nicht er gab es hat mich also ja ist nur einer der bekanntesten arzt in ganz tales of wir sind jetzt auf mein level die tun bestimmt sehr deswegen gehe ich schnell weg war ehrlich lasst mir in ruhe hydro sturm und weg seid ihr auch mein gott da ist unser ziel befindet sich da wollen wir es wissen weil sie nicht wollen wir es wissen hey not ist wie ich bin eine erinnerung warum ist sie so früh sterben ehrlich ja 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 warum trägt sie eigentlich diese maske jetzt mal ehrlich weggehen jetzt phoenix sie しかしなんでここに繋がったんだろうな それよ後見楽天だからじゃろ シアリーズの意思の成果 シアリーズの意思 きっとそうですよ あの大地の記憶はシアリーズが伝えたかった事だと思います ベルベッタとダイフィシャットに そうだよね Ich habe auch das Gefühl. Ich habe auch das Gefühl, aber ich habe es geschafft, aber ich habe es geschafft. Ja, das ist gut. Okay, ich gehe in den Stuttgart. Ich habe mein Geist, aber... Es ist einfach nicht so schwer. Ich fühle mich in diesem Weltraum. war variationen welt war schlimm hat man noch gar nicht schnell für sie jeder anrad schon paar variationen ja 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 er noch nicht verdammt im blau cool aber schließlich noch kein geschah ich hätte irgendwie gedacht also gold so hätte gedacht irgendwie weiß oder so wie du auch gut aus hier den blauen und so ich bin sehr raus hier ist phoenix der macht uns fertig es war gerade wie seit mir hergekommen ok was haben wir noch vor der exis ist dann noch mal in lothring zu sagen hat okay gehen wir mal da ja das soll dieser turm sprechen wir mal da haben wir auch noch in dem hat schaffen ich habe das gefühl mit den lindwurm steckt irgendwie mit serviet in verbindung vielleicht müssen wir auch noch mal gegen den kämpfen oder so wenn ich schlecht aber schauen erst mal hierhin wahrscheinlich auch nicht mehr diese woche hier seien mal mit hmpd macht ruhig kräfteprein aufeinander und vielleicht wie ich genau das kann ich helfen ist wirklich leid Okay, das ist alles. Ja, das ist alles. wenn sie merken wie das normen uns ausgerechnet hier von die wichtigen sachen erzählen ich glaube hier kommen die wie bekommen die eigentlich hier nichts mit ich bin aber da wir waren doch gerade da haben sollten wir aufgerechnet jetzt hier im jahr finden wir sind doch schon dutzend mal wir sind hier aufgewachsenen jetzt irgendwie finden wir hier also irgendwie die ansprung und jetzt symphonie oder an leute der in seinem hausfall da war auch direkt irgendwie ein grab von seiner mutter oder so no prinsessia anta じゃあう ja 家がきたときはもう捧げてあった fri sechia no花言葉 知ったはるか かけがえのないだから いくいくとしもすこやかに この花を備えたのは いうことやろな しめえにつかれてボロボロやったあの子 このお墓の人が作ってくれたんやね ありがとうな あの子は 昔からそうやって 真面目な 真面目な子やった てあし いっつも自分で自分を縛りつけてしまうんや あんなに付き合った人間たちの心を けさなあかんと思い込んでしまうほど つうりょう おねがいや もうあの子を 自由にしてあげてくれへんか 頼まれなくてもやってあげろ あなたが願う自由とは違うだろうか よろしゅうお頼みします 三枚の剣主飯 あの人の過去 わかったね ええ どうしでも 英雄王でも 現実はままならない まったくだな Ja... Okay. viel glück dreht sich um sagt nur viel glück okay wir sind nur noch phoenix und was auch immer das hier sein wird übrig ich würde sagen das machen wir in der nächsten folge ich weiß ob das direkt wieder alles möglich hier in gang sitzen wird oder so ja mal nach kratz korn also kann ich aber kaufen ich glaube ich ne hallo ich meine dass wir sehen verkauft da kommt man die effekte von dem die war ich mal die effekte von erinnern egal werde ich kann nicht mehr in laden aufwärmen also warte mal hier sind elixiererin oder ok würde ich sagen ich bin der partie ja und in der nächsten folge war es gibt immer weiter ablenken hauptquests haben wir glaube ich alle müssten wir eigentlich alle haben ein kampf weißer törl gegen welt magi nur noch komische anordnungen ich habe mich allzu viel verpassten gesundheit gott ich kann ja noch mal irgendwann auf screen ja durch die gegend rennen und gucken ob noch irgendwie was hier ist irgendwo aber das erste sind wir ja schon wieder fällig jetzt wollen wir mal gucken was mit diesem wind von dingern auf sich hat und dann sage ich vielen dank fürs zuschauen ich habe euch ja der part gefallen wenn ja hinterlasst doch bitte ein like ein abo ein kommentar oder sonst irgendwas und dann sehen wir uns gesundheit in der nächsten folge wieder ganz schön fürs zuschauen und stress